Die Praxisklinik von Mümmelmannsberg scheint gerettet zu sein. Die Doktor-Gut-Gruppe hat unter einem gewissen Druck den Vertrag unterschrieben. Nun hofft Mümmelmannsberg, dass die Praxisklinik in ein anderes Licht gerückt wird. Das ist schon dunkel witz, bei roten Tränen und vorziehen. Gut, dass wir in der Gruppe einfach gehen. Jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag. Okay, jeden Tag. Okay, jeden Tag. Okay. Das war's. Das war's. Das war's.